In meinem Leben ist es eine Kraftquelle. Stille ist für mich etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Es ist für mich so ein innerer Raum, in dem ich gelassen werde, in dem ich Kraft schöpfe, um in meinem klösterlichen Alltag und in den Aufgaben, die ich habe, bestehen und stehen zu können. Stille ist für mich. Für mich gehören Beruf und Berufung zusammen. Wir leben ja in einer Gemeinschaft und das gemeinsame Gebet es trägt und befähigt auch zur Arbeit für die Gemeinschaft. Kurz zusammengefasst kann man über die franziskanische Spiritualität unter anderem sagen, Sie besteht aus einem einfachen Leben, aus Respekt und Achtung vor allem, was Gott geschaffen hat und in einem schwesterlichen Miteinander. Alleluia 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 In diesem Glauben umfasse ich freudig und willig alles, was der heutige Tag mir bringt. Ich habe nur einen Wunsch, geheinigte Dein Name, Dein Reich, Amen, Dein Wille geschehe, binde Deine ganze Liebe und Gefühle Deines Heiligen Geistes und segne mich, Amen. In diesem Glauben würdig warst, Halleluja, er ist auch verstanden, wie er gesagt hat, Halleluja. Bei uns im Kloster gehören Gebet und Arbeit zusammen und deswegen ist täglich bei uns von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Anbetungskapelle das Allerheiligste zur anbetenden Verehrung ausgesetzt. Zweimal im Monat beten wir auch die ganze Nacht hindurch. Es ist so, dass in jeder Stunde am Tag zwei Schwestern und nachts bis zu fünf Schwestern eingeteilt sind, sodass die Anbetung nie abreißt. In dieser Zeit beten wir vor allen Dingen um den Frieden und Glauben in der ganzen Welt und in all den Anliegen, die uns Menschen anvertrauen und in denen sie uns ums Gebet bitten. Überstehen will ich kein Unblick, denn du bist bei mir. Die Meditation spielt für mich eine ganz große Rolle. Neben der Heiligen Messe ist es eine enorme Kraftquelle für den Alltag. Jeden Tag circa 45 Minuten. Man wird still, man kehrt wieder zu sich zurück und man kann einfach besser auf Gott hören. Stille bedeutet für mich, das Äußere abzulegen, so gut es geht. Es geht nicht immer. Und sich zu konzentrieren, wie jetzt bei der Meditation, auf den Text der Bibel. Meditation ist wie eine Ankunft. Da wird man erfüllt und das ist ja das Ziel, was wir wollen. Erfüllt sein von Gott. Wir sind eine karitativ tätige Gemeinschaft, zu der die Arbeit genauso gehört wie das Gebet. Die Schwestern werden entsprechend ihrer Ausbildung in den verschiedenen Berufen eingesetzt, wie zum Beispiel als Erzieherin, als Lehrerin, als Krankenschwester oder Altenpflegerin, in der Verwaltung oder auch in den Berufen wie Bäckerei und Brauerei. Gerne bringen sich auch unsere alten Mitschwestern noch in die Gemeinschaft mit kleinen Diensten ein, so wie das üblich ist, auch in den Familien. Erstens ist das Brot so ein wichtiges Brot. Nahrungsmittel und Brot kann man immer essen, da kann man sich nicht abessen. Und das habe ich schon im Elternhaus kennengelernt, das Brot backen. Da hat mir meine Mutter das Brot backen gelernt. Wir haben auch eine Mühle gehabt und da bin ich mit dem schon so aufgewachsen. Und wenn ich dann ins Kloster gekommen bin, dann hätten sie in der Bäckerei jemanden gebraucht, dann habe ich gesagt, ja, ich lerne es. Und dann bin ich in die Lehre gekommen nach Mittelberg und habe dann eine Meisterprüfung gemacht. Und seit 1979 bin ich hier in der Klosterbäckerei. Und ich tue diesen Beruf sehr, sehr gern und kann mir vielen Menschen eine Freude bereiten. Zur Bäckerei gehört das Brot. Und das ist wirklich ein Grundnahrungsmittel und das, was man auch mit Liebe machen soll. Und vom Glauben her, wir beten ja immer im Vaterunser, unser tägliches Brot. Aber es ist nicht nur dieses Brot gemeint, sondern jedes Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen. Aber bei der Bitte um das tägliche Brot, da denke ich schon immer um das Brot, dass mir das gelingt und dass das schön wird und dass das den Schmestern schmeckt. Ich war 30 Jahre im Kindergarten tätig. Und dann, wenn man ins Rentenalter kommt, dann schaut man, dass man irgendwas noch tun kann. Man kommt da zurück ins Mutterhaus sozusagen. Und da, solange man kann, möchte man auch noch irgendwas tun. Und das geht gerade noch. Vormittags bin ich beschäftigt. Nachmittag kann ich spazieren gehen oder lesen oder irgendwas, was mir Freude macht. Saubere Wäsche ist sehr wichtig. Es wird jeden Tag gewaschen. Und die Schwestern haben auf dem Stockwerk, wo sie wohnen, einen Wäschewagen. Und da können sie dreimal in der Woche die Wäsche reintun. Dann kommt es runter und wird aussortiert. Und in die Waschmaschine, in die drei kleine Waschmaschinen sind da und zwei große. Es muss halt alles ganz genau zusammengelegt werden und richtig sortiert. Es ist mein Beruf im Kloster. Im Kloster wird gearbeitet. Wir müssen uns unseren Lebensunterhalt selber verdienen. Ich habe hier gelernt. Ich bin nicht wegen welchem Bier und welcher Brauerei ins Kloster gegangen. Bei uns daheim hat es kein Bier gegeben. Und ich denke, ich mache es mit Freude und ich hoffe, dass ich es noch einige Jahre machen kann. Bier hat für mich einen sehr hohen Stellwert. Ich habe, bevor ich in die Brauerei kam, mit Bier nichts zu tun gehabt. Und wenn man es gerne macht, dann lebt man sich überall leichter. Im Kloster oder in einem anderen Betrieb. Wenn man schon mit Missmut auf die Arbeit geht, dann denke ich, kann es nichts werden. Ich denke, im Kloster Bier zu brauen, ist nicht anders, als wenn man in einer weltlichen Brauerei ist. Der Betrieb ist ein versteuerter Betrieb. Der muss sich rentieren. Es ist ein kleiner Betrieb. In einem kleinen Betrieb arbeitet es sich leichter. Man ist überall dabei. Es ist für jeden Abschritt verantwortlich. Und bei uns gibt es zu jeder Mahlzeit ein Kloster Bier. Bier ist das alkoholärmste Getränk und in den alkoholischen Getränken. Und wenn ich ein Bier trinke, dann heißt die Schwester trinken. Wenn aber jemand ein gutes Glas Rotwein trinkt, dann darf ich ein Maß Bier trinken. Dann habe ich noch weniger Alkohol wie der Weintrinker. Ich denke nur, dass Wein hoffähig ist und das Bier gehört zum Blaumann. Und das ist nicht in Ordnung, weil Bier auch ein Kulturgut ist. Musik Musik Wir konnten für ca. 180 Personen und heute zum Beispiel gibt es Suppe, da brauchen wir 70 Liter und dann haben wir eine Reiberdatsche, da haben wir ca. 80 Kilo Kartoffeln. Und dann gibt es dazu Sauerkraut, da kochen wir auch so 20 Kilo. Es gibt auch noch, wer möchte, Apfelmus dazu und da haben wir auch ca. 50 Kilo. Kochen ist mein Beruf und ich mache es mit Leidenschaft, weil mir der Beruf Spaß macht und auch das Ordensleben ist mir wichtig und macht mir immer noch Spaß. Ich wollte einfach Schwester werden und es hat mich imponiert. Ich habe Schwestern kennengelernt in meiner Ausbildungszeit und wollte ich auch werden. Das Mittagsgebet oder die Mittagshure, wie es bei uns im Kloster heißt, ist eine bewusste Unterbrechung im Arbeitsalltag. Natürlich fällt es nicht leicht, beim Glockenschlag pünktlich die angefangene Arbeit stehen und liegen zu lassen, aber damit soll uns täglich neu bewusst werden, dass Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist und alles andere ihm untergeordnet. In unseren Satzungen steht, dass wir das Mittagsgebet in Gemeinschaft oder alleine beten können. Und wir haben es hier so geregelt, dass wir sonntags das Gebet miteinander beten und werktags kann es jede Schwester so gestalten, wie es für sie passt und wie sie es will. Das Mittagsgebet gibt uns die Gelegenheit, zurückzuschauen auf die vergangene Hälfte des Tages und vorauszuschauen, was der Tag noch für uns bereithält. Unsere Gemeinschaft lebt nach der Regel des heiligen Franz von Assisi. Ich möchte versuchen, anhand von zwei Beispielen Ihnen etwas von dieser Spiritualität nahezubringen. Franziskus wollte Christus immer ähnlicher werden und er lebte wie er, arm und besitzlos. Franziskus bezeichnet die Armut sogar als seine Braut. Für unsere franziskanische Gemeinschaft bedeutet dies, dass sich jede Schwester verpflichtet und auch die Gemeinschaft selbst, arm und bescheiden zu leben. Franziskus bezeichnet die Armut sogar als seine Braut. Und auch im Weltall verliebt seine Möhre und singt aus Lüge, Freude, Lüge, Tod, nur den Laub, der euch erschaffen hat. Die Möhre und singt aus Lüge, Freude, Lüge, Tod, die Möhre und singt aus Lüge. Die Möhre und singt aus Lüge, Freude und singt aus Lüge. Die Möhre und singt aus Lüge, Freude und singt aus Lüge. 30 Maschinen werden das schon im Tag. Ich war als Schwester in einem Krankenhaus und das hat mir recht zugesagt. Und dann haben wir entschlossen, ich möchte das auch machen. Und das hat sich auch bewährt. Ich werde es wieder machen. Ich kann mir jetzt nichts anderes vorstellen, ich bin jetzt auch im Speisesaal. Also das mache ich recht gern. Und darum klappt es auch gut. Die Möhre und singt aus Lüge Das macht es auch gut. 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 To fear and grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed Through many dangers, toils, and snares Unsere Ordensgemeinschaft wurde im Jahre 1855 in Pirmasens von dem damaligen Pfarrer Dr. Paul Josef Nadine gegründet. Nadine selbst war ein uneheliches Kind und vermisste das Familienleben sehr. Nadine war drei Jahre zuvor in die Schumacherstadt nach Pirmasens gekommen und fand von Anfang an das Leid und die Not in den Familien vor. Die Kinder, hungrig und zum Teil verwahrlost, die alten und kranken Menschen waren ganz auf sich alleine gestellt. Diese materielle und geistige Not erschütterte Nadine bis ins Innerste. Deshalb suchte er Frauen, die bereit waren, mit ihm gegen diese materielle und geistige Not anzugehen. Und er fand erstaunlich schnell viele Frauen, die bereit waren, ihm dabei zu helfen. Nadine gab dieser Frauengemeinschaft den Namen Arme Franziskanerinnen von der heiligen Familie. Bereits 14 Jahre später zogen die Schwestern von Pirmasens nach Mallersdorf um. Seitdem sind wir bekannt als Mallersdorfer Schwestern in der Bevölkerung. Das Fleisch und Herz Um irgendwelche Ängste oder sowas zu erkennen. Ja, Helena. Dass man nichts bewertet in der Faktisierreihe. Sehr richtig. Wir alle hören, keine Wertungen vornehmen. Dass man die Faktisierreihe. Nadine war es immer ganz besonders wichtig, viel für die Bildung von Frauen zu tun. Denn im 19. Jahrhundert hatten gerade Frauen und Mädchen besonders wenig Chance, einen Beruf erlernen zu können. Und er wollte dann mit natürlich auch hineinwirken in die Familien, sie zu stützen und zu stärken durch gebildete Frauen. Und wir arbeiten hoffentlich auch in seiner Tradition heute in dieser Richtung weiter, indem wir eine hochwertige Ausbildung für Erzieherinnen ermöglichen. Wir an der Schule merken am stärksten die Veränderung zum einen hin, dass der Beruf der Erzieherin sehr interessant geworden ist in den letzten Jahren. Durch den erhöhten Bedarf an Erzieherinnen für die Tagesbetreuung. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Familie sehr stark verändert, dass beide Eltern berufstätig sind. Dass Kinder und auch unsere jungen Leute in der Ausbildung erleben, dass Familien sich trennen. Dass sie damit lernen müssen umzugehen. Das ist so eine der gravierendsten Veränderungen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und die jungen Erzieherinnen später ebenso. Ich persönlich mag meine Arbeit sehr gerne. Ich gehe gerne mit den jungen Leuten um. Das ist schön zu sehen, wie sie sich entfalten, wie sie stärker werden, mutiger werden in der Ausbildung. Junge Erwachsene wirklich im wahrsten Sinne des Wortes werden. Und das Umgehen mit den jungen Leuten halte ich für eine sehr wichtige, unverzichtbare Aufgabe. Auch für mich als Ordensfrau. Den Studierenden Lebensfreundlichkeit vermittelt. Das möchte ich gerne am Schluss sagen können. Musik Die Schülerinnen der Fachakademie können bei uns gleichzeitig im Kindergarten, der sehr nah an der Fachakademie gebaut ist, ihre praktischen Übungen machen. Sie kommen einmal in der Woche, montags oder donnerstags in den Kindergarten und üben dort praktisch die Arbeit mit den Kindern. Wir begleiten die Eltern bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder bis zum Schuleintritt. Ganz nach dem Leitwort unseres Stifters Nardini, die liebe Christi drängt uns. Musik Wir hatten eine sehr unbeschwerte Kindheit auf dem Land. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, kleine Landwirtschaft. Der Vater musste dazu verdienen, weil wir sonst nicht leben hätten können. Aber ich bin mit sechs Geschwistern aufgewachsen bei den Großeltern. Musik Neben den Tagen der Stille bieten wir uns seit 2010 auch an. Wir haben eine sehr gute Zeit gesucht haben, um zur Stille zu kommen. Auch einen Ort, wo sie vielleicht ihrem eigenen Leben wieder nachspüren können. Manchmal auch wieder, um eine vertiefte Gottesbeziehung zu bekommen. Manche wollen einfach zur Ruhe kommen, um wieder für sich da zu sein. Musik Neben den Tagen der Stille bieten wir seit 2010 auch Glaubenstage an. Und die Menschen, die kommen, um sich mit einem bestimmten Thema aus der Bibel zu beschäftigen, um einfach wieder Mut zu haben in ihrem Leben und Menschen zu treffen, die mit auf dem Glaubensweg sind. Musik Wir haben bei uns im Kloster Mallersdorf noch weitere Angebote, zum Beispiel Familienwochenenden, die gerne besucht werden, wo die Familien, auch Alleinerziehende, miteinander Zeit verbringen und gerne hier sind. Dann auch Tage für Jugendliche und Kinder, zum Beispiel Kommunionvorbereitungstage, Firmtage auch für die Firmlinge mit Paten, dann für die Studierenden Büffeln und Beten, Exerzitzen im Alltag, dann auch das monatliche Treffen für die Franziskanische Weggemeinschaft und noch einige andere Angebote. Musik Als ich ins Kloster gekommen bin und dann war die Frage, ja, Sie brauchen jemanden, der mal die Verwaltung übernimmt, dann war es eigentlich sehr schnell klar, dass es wenn dann auch ein Studium sein sollte, also wirklich ein qualifizierter Abschluss. Deshalb habe ich dann schon im Noviziat angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und es ist genau wie draußen, es ist ganz wichtig, dass man eine fundierte und qualifizierte Ausbildung hat. Also was bei uns ganz viel ist, sind Rechnungen, die bei uns eingehen, die fast täglich überwiesen werden. Wir brauchen natürlich auch Geld hier für den Unterhalt hier in Mallersdorf oder auch unserer Schwestern auf den Filialen. Dann gehen bei uns sehr viele Spendengelder ein. Die Spendengelder sind bestimmt für die Arbeit unserer Mitschwestern in Rumänien und Südafrika. Da merken Sie, wie weit auch dieses Feld unserer Verwaltung ist. Also bei mir hat es im Verhältnis zu anderen Schwestern, die schon relativ jung im Verhältnis ins Kloster gegangen sind, hat bei mir etwas länger gedauert. Ich war 30, als ich ins Kloster gegangen bin. Ich komme aus einer sehr religiös geprägten Familie und ich habe gemerkt, dass das religiöse Leben mir sehr wichtig ist und habe dann gespürt auch, dass in der Ordensgemeinschaft ich diesen Raum habe, diesen Rahmen habe, um wirklich mein religiöses Leben leben zu können und gerade auch in Verbindung mit dem Beruf. Denn als tätige Ordensgemeinschaft ist ja der Beruf auch etwas wichtig und gerade diese Verknüpfung zwischen religiösem Leben und Berufsleben ist für mich sehr wichtig und ich spüre auch, dass das mein Weg nach wie vor ist. Meine Aufgabe an der Pforte ist sehr vielseitig. Ich empfange alle Gäste, alle Leute, die an die Pforte reinkommen. Manche gehen zur Ordensleitung rauf, haben einen Termin oder Besuche von den Schwestern. Es kommen auch Bittsteller, die Mittagessen wollen oder Geldspende oder Lebensmittel. Dann ist eine große Aufgabe an der Pforte der Telefondienst. Dann haben wir die Gästebetreuung drüben, da ist wieder eine Schwester zuständig und auch den Fahrdienst. Die Schwestern, die zum Arzt müssen, das wird von uns alles geregelt, koordiniert und aufgeschrieben und werden dann dorthin befördert und auch wieder abgeholt. Meine Aufgabe ist sehr vielseitig, aber interessant und schön. Franziskus bezeichnet alles, was Gott geschaffen hat, als Bruder und Schwester. Franziskus bringt dies sehr deutlich zum Ausdruck im Sonnengesang, wenn er singt von der Schwester Erde, vom Bruder Mond, vom Bruder Feuer und Schwester Wasser. Diesen geschwisterlichen Gedanken finden wir auch in unserer Gemeinschaft wieder, denn wir alle sind Schwestern. ZEBEN 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 Wir auch mit der Bibel uns entschuldigen und führen uns nicht in Versuchung, sondern erlösen uns, sondern erlösen. Denn dein ist das Gleiche und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Das ist sehr schön. Da freuen wir uns jede Woche drauf, wenn wir mit der Schwester Hildrud, damit sie nicht zu scharf koffen dürfen. Ich habe schon als kleines Mädchen gelernt. Bei meinem Papa und meinen großen Brüdern. Bei den dritten und vierten haben wir gebraucht und ich habe sie machen müssen. Eigentlich zehn Elfer raus, aber da haben wir die richtigen Karten. Nicht dazu, jetzt spielen wir Zehner raus. Läuft genauso wie Elfer raus, aber wir fangen mit zehn an. Marke Eigenbau. Ein hoher ja so wie Seele, aber das sieht nicht aus. Das ist eine leute, Meatball. Alle jungen, die Leut und ein gutes Zehne, lebt uns die Allmächte. Amen. 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 Und ich bekomme ganz oft auch die Antwort von Leuten, die ich kenne, denen ich begegne, die sagen, man spürt, sie sind ein glücklicher Mensch, sie sind ein zufriedener Mensch, sie sind am richtigen Ort. Amen. 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 Amen.